Boulevard de Beauté Angelique Beauty Makeup Adventskalender 2017 Warum immer nur ein Adventskalender für die Kinder? Wie wäre es mit einem Adventskalender für deine Frau bzw. deine Freundin, über den sie sich wirklich freuen würde? Über welche unterschiedlichen Produkte sich die Beschenkte freuen kann und was mir nicht so gut gefallen hat, zeige ich dir in diesem Video. In diesem Adventskalender findet deine Frau täglich tolle Kosmetiküberraschungen, wenn sie das entsprechende Türchen öffnet. Vom Lidschatten, Lippenstift, Lipgloss und Nagellack bis hin zu praktischen Beautyhelferleien ist hier alles enthalten. Bei den Überraschungen handelt es sich um Originalprodukte und keine Probegrößen, die obendrein auch noch vegan, gluten- und laktosefrei sind. Etwas worüber sich deine Frau mit Sicherheit freut und auch ihr die Vorweihnachtszeit versüßt ohne Kalorien. Darum klicke jetzt auf den Link unter dem Video und sichere dir diesen Kalender für deine Frau.